hallo liebe teamseefreunde zu einer neuen ausgabe von anno 1800 ja ich habe mich jetzt entschieden wir werden auf dieser insel erstens mal die tabakproduktion an kurbing das heißt ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen vorgearbeitet habe schon mal hier ein ölhafen hinkauf habe das hier schon mal ausgebaut dass wir hier nur noch dann die kapazität erhöhen sind 288 felder genau und die tanke wird gebaut und hier werden dann auch noch bisschen zuckerrohr angebaut habe dafür extra ich habe irgendwann mal so länger her diese setzlinge bekommen und über die handelskammer kann man hier auf einer insel eben die fruchtbarkeit herstellen ich hoffe das funktioniert mal schauen jetzt glaube ich ist das schiff da genau sehr gut das ist das gesucht habe die gebaut habe so route einrichten ölruten wie heißt das denn krabbe und zwar soll das fahren in der neuen welt von der zigaren insel ist klar die frage jetzt nur die nehmen wir das da oder das nehmen wir die da nach dahin und zwar bitte einmal öl laden aber nicht so viel oder da reicht 100 würde ich sagen wenn überhaupt dann heißt der text hier in wie öl für tabak damit ich weiß was das ist so ok gut was haben wir das gemacht so jetzt wollen wir aber noch nebenbei in der alten welt bis wir da die nötigen materialien haben die taschen uhren ja das laufen die grenzen des machbaren genau taschen uhren fertigung ist hier schon mal angedeutet die zwei sachen gold schmelze und uhrenwerk und dann brauchen wir in der neuen welt die goldminen die habe ich auch schon mal hier installiert ist auch schon ein bisschen länger her und zwar die drei die bauen zu längerem gold ab hoffe ich zwar noch die oder jetzt wird es interessant rohmaterial genau 160 168 genau gut die transferieren wir jetzt dann drüber jetzt müssen wir schauen ist der schoner schon fertig mit diesem schoner der erste gebaut wird wird das ganze dann drüber transferiert ja und dann kann es losgehen die finsternis wie passend route einrichten handelsroute und zwar von hier in die alte welt bitte nach da die finsternis und du nimmst bitte alles gold mit was da ist wo ist es denn da gold gold und zwar wartest du bis alles da ist und dann machen wir hier trans f trans f nw zu aw so halt gold genau das war doch die insel hier oder mit dem gold ich denke schon ansonsten haben wir es ein problem ne passt okay gut ist das schiff jetzt da nein die mir rebelle warte noch ein bisschen genau kann das nicht bauen na denn hankhof da fehlt noch ein bisschen was gut da müssen wir jetzt nur noch dafür sorgen im moment in der alten welt müssen wir dann die zwei sachen noch installieren genau damit das hier funktioniert weil sonst war das alles umsonst einmal zweimal kostet natürlich auch einen haufen unterhalt das werden wir gleich kompensieren indem wir hierher gehen und ein paar leute ja wir fördern wir die sagen so genau langsam damit das hier nicht ausartet weil die könnte auch noch hier mal aufleveln wenn wir schon dabei sind ja und dann kommt die tasche nun ins spiel genau gut dann sollten wir jetzt erstmal wieder ein bisschen ruhe haben hier und das macht mich ein bisschen stutzig hier was ist mit dem getreide los haben wir da einen engpass oder was ne 318 drei schiffe fahren da jetzt drüber drei schoner das ist keine weltstrecke hier das ist wahnsinn alle da wir müssen jetzt lange warten ja die müssen lange warten natürlich doof warte mal können wir da nicht irgendwie eine explosion erschüttert eine ihrer fabriken das ist nicht gut aber wo explosion da war doch irgendwo war doch mal ewige zeiten hier noch auch schon mal so eine explosion oder ich weiß nicht mehr wo das war sage mit der rumbrauerei ach hier ja genau schnappst du was so ohne die nötigen elemente ja ja stören sie sich nicht an den dampf wolken keine panik gut okay dann würde ich sagen kümmern wir uns mal warte mal ist das schiff jetzt da ich warte noch auf ein schiff warte mal währenddessen könntest du mal kurz hier du das ne könntest du mal hier schnell äh ein paar ziegel holen steuermann steuermann so schoner steht bereit ok einsatz bereit da kommt ja mit dem gold sehr gut gut arktes da ist ja das nächste große ziel hier diese luftschiffe zu bauen und wir brauchen hierfür ja ein paar sachen die rohe geschichten haben wir schon materialien aber hier wir brauchen wie heißen diese leute haben vergessen ich habe mal zwischendrin auch diese parker geschichte ein bisschen stabilisiert ich hoffe dass immer noch nicht so ganz gut wie ich mir das vorstelle das soll wachsen brauchen ein paar kassel sonst macht das alles keinen sinn so ich wollte einfach mal ein paar parker fahren wir dahin und menschen lassen sie hoch leben nach einem langen tag wäre ich mich ja und dann würde ich sagen ziehen wir dann wieder ein paar hoch so kurz gucken wieviel wir da jetzt haben langsam geht es vorwärts das wird dann der nächste große schritt werden da wollte man doch eigentlich auch noch eine insel glaube ich noch ansiedeln oder wie würdest das Hmmmm... Why is this? müssen wir schauen dass die irgendwann mal sich da erhöhen ich gebe noch ein schiff ab das soll transfer sagen liefern die brauche ich für diese produktion genau das sind die einnahmen vermute mal wegen der rumgewichte oder vermute mal wegen ohne wegen den pelzen die pelz ist auch noch so eine geschichte die laufen nicht stabiler versteht es nicht warum die pelzen nicht stabil laufen ist alles da oder eben nicht mal beim wollen und ich mit dem wenn wir die Bonn kommen sehen oder mal draufsetzen die schon mal befreien es muss funktionieren hier das kann es nicht sein haben wir eigentlich noch mehr Rover, Schmutzfinger sind Fregatten das macht keinen Sinn von der Überfahrt zurückgekehrt das war ja Cap De Laune war das ne oder? ne? hab ich das jetzt weggenommen? ich hab doch gerade kann doch nicht sein ich hab doch gerade irgendwas weggenommen wo ist das Schiff hin? ich hab dich gespeichert oder kann das sein? genau der muss weg und der muss da hin sowas genau da haben wir also Platz haben wir genügend hier ne? Kapazitäten so genau abbrechen warte mal da können wir die Kapazitäten die Pelikan können wir da draufsetzen das passt wo sie dumm rum steht neue Befehle ja das ist das Problem ne? die schwankt zu sehr ich glaub wir haben genügend ne? vier Stück das muss reichen das liegt nur in dem Transfer von dem Ding ok pass auf dann nehmen wir nehmen wir noch ein Klipper soo jetzt ist das Schiff angekommen endlich meine herren das ist der Wahnsinn komm ihn hier nicht vorwärts weil ein Schiff fehlt es fehlt ein Schiffchen das uns weiterbringt was ist denn hier? was ist denn hier? das Lager ist leer in Crown Falls gibt es keine Würste hör auf die alte Dame ist Verlass ach wir unter Mindestbestand sind warum sind wir hier unter Mindestbestand? was ist denn los? warum produziert ihr nix? was ist euer Problem? hier oder? wo ist die? also da unten ist sie ich hab mich ja da unten hingesetzt da ist sie genau da sind sie Wurstgeschichte hier na die könnten wir eigentlich auch nochmal Sachen Elektrizität dann würden sie ja richtig hier Feuer fangen so bauen wir mal zwei dazu hin jetzt wählen wir wieder Arbeiter ist klar so dann brauchen wir hier wieder bauen passt das so oder haben die da ein Problem da draußen? ne ne alles noch gut gell ja passt wunderbar das müsste eigentlich reichen erstmal ähm da weiß ich auf die Löffel warten ne das macht natürlich keinen Sinn so annehmen so annehmen das Lager ist leer ok auf der Kaffeeinsel neue Welt wo müssen die da warten? wo müssen die da warten? wo müssen die da warten? da muss doch hier Kaffee im Überfluss sein ja da ist wieder ja da ist wieder sperrzone das ist das Problem ja wir lassen das jetzt mal so würde ich sagen so so ist jetzt das Schiff immer noch nicht da das eine was darüber fahren sollte ist von der Überfahrt zurückgekehrt bist doch du oder? ja endlich hier hin aber flott es fehlt hier noch der hat keinen Stahl dabei gell? wetten ein Schiff erster Klasse naja neue Tiere braucht das Land der Rover der soll mal Stahl mitnehmen bitte äh neue Welt das dauert wieder länger wir kommen ja nicht vorwärts aber vielleicht in der Art das mal hat sich das jetzt eingependelt hier was haben wir jetzt? oh kurz davor wie schaut's mit dem Parkers aus? sind die nach oben gegangen? oh ja die steigen sehr gut pass auf dann werden wir das jetzt hier mal ein bisschen die frieren schon wieder warum frieren die? aber da fehlt wieder eine Wärmequelle warte mal hilft das so? ja etwas dann können wir dann nicht irgendwie ein bisschen optimieren wenn sie kurz wegschauen würden? nee eigentlich nicht genau dann machen wir das da rüber würde ich sagen geht das nämlich nicht geht das nämlich nicht im Weg um komm wir haben eine Wärmequelle müssen wir haben nein eben nicht ok wir sind zurück warte mal warte mal das bauen wir ein bisschen näher hin so was ist das hier eigentlich? gas 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 viertelstätte krass ok was kommt noch? ja die brauchen da oben noch einmal eine Wärmequelle wenns geht geht so genau wunderbar haben wir jetzt alle oder fehlen da noch welche? jetzt haben wir alle Anforderungen ok gut das ist doch ein schönes Ende für diese Folge vom Stapel gelaufen ich steig jetzt auch noch wo hast du das Schiff jetzt gebaut? ein neuer Auftrag Boxer ach ja genau der soll auch noch mal was machen und zwar wo ist denn hier die Linie? da genau ist die leer? die ist leer die ist leer die ist leer die ist leer auch nicht genau pass auf dann nehmen wir hier den nächsten rein und zwar den Boxer 2 sehr gut 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 ok ok dann würde ich sagen achso ne halt Moment bevor wir weitermachen Moment Neue Welt schnell ist angekommen ja dich brauche ich nämlich noch so Maschinen das da und das da da oben übrigens könnte man bitte Maschinen hinsetzen und das andere das Baumaterial wie heißt denn das? weil wir tun nämlich das weiß so ok ja dann fehlt eigentlich nur noch Stahl ne? gut naja haben wir 4 Minuten ok war schon zu früh aufhören Entschuldigung wir haben auch kein Beton äh Stahl mehr und wir auch nicht auf Kurs halten auf Kurs halten Sollen wir das jetzt wagen? ich hab keine Ahnung ich will damit so weiterkommen Wollen wir es beginnen oder? ja probieren wir es mal der riesige Tom ist fast fertig ja schau mal es braucht es braucht 400 ich dachte er braucht da fehlt die Post mit dem Postamt das bauen wir mal hier hin mit dem Postamt mit der Hoffnung dass wir dann mehr aber naja sehr gut so was brauchen wir als nächstes? brauchen wir Hundeschlitten hmmm na bravo Hundeschlitten bauen wir aus Maskifarben Lippenmanufaktur Robbenfängerei ich bin kein verrückter Erfinder weiß Gott nicht Sonder Siebe darf es nicht es ist eine genaue oft mühselige Arbeit deshalb habe ich gesagt wir brauchen ja eine nächste Insel die wir die wir hier ja nehmen müssen glaube ich die hier wegen der Geschichte hier glaube ich hier glaube ich wird es langsam eng auf Dauer ja man bringt nichts ja ja und Kaffee brauchen wir uns jetzt auch noch na bravo ja ihr seht es gibt noch einiges zu tun wir brauchen Arbeiter wir brauchen Arbeiter sonst wird es uns so um nix nimmst du da was weg fehlt da wieder was also immer wieder dasselbe ich dachte ich 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 ich dachte ich